Zug um Zug ist ein totaler Spieleklassiker. 2004 ist es sogar Spiel des Jahres geworden und es gibt inzwischen so viele Varianten und Erweiterungen, dass man irgendwie gar nicht so recht weiß, welches man am liebsten spielen möchte. Das hier ist Zug um Zug meine erste Reise. Eine Zug um Zug Variante für die kleinen Weltenbummler unter euch. In 15 bis 30 Minuten versucht ihr, möglichst viele eurer Aufträge zu erfüllen. Das macht ihr, indem ihr die Städte, die auf euren Zielkarten abgebildet sind, miteinander verbindet. In eurem Zug habt ihr die Auswahl aus zwei Aktionsmöglichkeiten. Ihr könnt zwei Karten vom Nachziehstapel ziehen. Das sind Wagenkarten und die braucht ihr ganz dringend, damit ihr die Strecken auf den Plan bauen könnt. Und das ist auch schon die zweite Aktionsmöglichkeit. Ihr könnt so viele Handkarten von euch ausspielen, wie die Strecke anzeigt, die ihr gerne bauen möchtet. Wenn ihr das tut, spielt ihr die Karten aus und stellt eure Waggons auf die jeweilige Strecke. Derjenige von euch, der es als erster schafft, sechs seiner Zielkarten zu erfüllen, gewinnt das Spiel und erhält das goldene Ticket. Zug um Zug meine erste Reise ist ein strategisches Bauspiel für zwei bis vier Spieler ab sechs Jahren. Hier findet ihr eine wirklich echt schön gestaltete Version von Zug um Zug, die für die jüngeren Spieler jede Partie zu etwas ganz, ganz Spannendem macht. Also, holt eure Trillerpfeife raus und startet in eure erste Reise. Viel Spaß bei Zug um Zug, meine erste Reise. Eure Kaddi. Eure Kaddi Eure Kaddi Untertitelung des ZDF, 2020